Der größte Luxus jedes Menschen, ob alt oder jung, ist die Fähigkeit, sich frei und uneingeschränkt zu bewegen. Mobilität ist die Voraussetzung für ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben. Jedoch ist Bewegungsfreiheit keine Selbstverständlichkeit. ImplantCast hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen bei der Wiedererlangung ihrer Gesundheit, Mobilität und somit auch ihrer Lebensqualität zu unterstützen. Seit 1988 steht das mittelständische Unternehmen ImplantCast GmbH für hochspezialisierte und innovative Entwicklung und Produktion von Primär-, Revisions- und Tumor-Endoprothesen. Mehr als 600 gut ausgebildete und hochqualifizierte Mitarbeiter fertigen am idyllischen Standort Buxte-Rude in Deutschland jährlich rund 500.000 Produkte auf höchstem Niveau. In der hauseigenen Produktionsstätte kombiniert ImplantCast sorgfältige Handarbeit mit dem Einsatz modernster Maschinen und Technologien. ImplantCast bedient sich neben herkömmlichen Herstellungsverfahren wie dem Feinguss und der CNC-Fertigung hochmoderner Technologien und hat als eines der ersten Unternehmen in Deutschland die additive Fertigung von Metallimplantaten etabliert. Die Reinigung und Verpackung der Medizinprodukte erfolgt in einem dafür validierten Verpackungsraum unter strengsten Vorschriften, um eine einwandfreie Sterilverpackung zu garantieren. Das 2017 entstandene Logistikzentrum ermöglicht einen zuverlässigen Export in rund 80 Länder. Behilflich hierbei ist zudem das hochmoderne vollautomatische Lagersystem inklusive Pick-by-Light-Visualisierung mit über 15.000 Behälterstellplätzen. Der Versand der ImplantCast-Produkte erfolgt innerhalb eines Werktages an jedem Ort in Europa. Sie erhalten alle benötigten Komponenten für eine sichere Operation. Die ImplantCast GmbH legt viel Wert auf einen Rundum-Service zugunsten der Patienten. Dazu gehört die OP-Planung, die Ausrichtung von Workshops für Ärzte und OP-Personal und die Unterstützung während der OP. Auch Sonderanfertigungen können auf Wunsch realisiert werden. Die internationalen Partnerschaften stellen eine große Bereicherung dar. Um einen ständigen Erfahrungsaustausch sicherzustellen, nutzt ImplantCast die moderne Kommunikationstechnik im hauseigenen Academic-Schulungs- und Konferenzzentrum. Mittlerweile sind die ImplantCast-Produkte auf allen Kontinenten weltweit verfügbar und unterstützen Menschen auf dem Weg ihrer Genesung. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir bieten Lösungen für den bestmöglichen Behandlungserfolg.